Inmitten der weiten Ausdehnung des Landes und der Wundertaten der Technologie, die für den Menschen sowohl den Himmel als auch die Erde eroberte, hat die Bourgeoisie es fertiggebracht, unseren Planeten zu einem ekelerregenden Gefängnis zu machen. Während der Weltkapitalismus in eine erneute Krise stürzt, sind Leo Trotzkis Ideen heute besonders aktuell. Der revolutionär-sozialistische Anführer wurde zu einer der gefährlichsten Personen des 20. Jahrhunderts, sowohl für die Kapitalistinnen als auch für die Stalinisten. 80 Jahre nach seiner Ermordung, das internationale Zeitungsnetzwerk Klasse gegen Klasse La Esquerra Diario wird Aktivistinnen der wichtigsten Kämpfe in den USA, Europa und Lateinamerika zu Wort kommen lassen. Hauptredner Emilio Albamonte Das Leben ist schön, die kommende Generation möge es reinigen von allem Bösen, von Unterdrückung und Gewalt und es voll genießen.